In der Buchhandlung Osiander in Tübingen füllt er gleich ein ganzes Regal. Und dennoch ist es nur ein Teil seiner Arbeit, nicht alle Romane sind vorrätig. Bestsellerautor Peter Prange versteht wie kaum ein anderer Fakten und Fiktion in einem spannenden Roman zu vereinen. Seine gebundenen Ausgaben schafften es alle auf die Spiegel-Bestsellerliste. In seinem aktuellen Werk, dem Zweiteiler Eine Familie in Deutschland, beleuchtet er verschiedene Charaktere zur Nazi-Zeit. Das ist der Versuch, die Nazi-Zeit vom Tag der Machtergreifung bis zum Tag der Kapitulation in einer großen Familiengeschichte erzählen. Multiperspektivisch, also nicht nur aus der Sicht einer betroffenen Bevölkerungsgruppe, sondern aus den unterschiedlichsten Perspektiven von Tätern, Mitläufern, Widerständlern, Drückebergern, Wendehelsen, was auch immer. Das kann man in einer Familiengeschichte alles auf sehr engem, überschaubarem Raum miteinander in Beziehung setzen, um so eine Ahnung davon zu kriegen, wie man wohl selbst gewesen wäre, wenn man nicht das Glück gehabt hätte, nach dem Krieg geboren worden zu sein, sondern in dieser Zeit der Barbarei hätte leben müssen. Für Recherchen treibt es ihn immer wieder auch in den Tübinger Brechtbau. Hier sieht man ihn nicht selten studierend über Büchern in der Bibliothek. Aber warum gerade hier? Ja, erstens bin ich ein anhänglicher Mensch. Ich habe hier studiert und ich fühle mich da wohl. Ich habe mich hier immer während des Studiums schon sehr wohl gefühlt. Und ich sitze am meisten an denselben Plätzen, an denen ich früher gesessen habe, wenn ich Hausarbeiten oder Referate geschrieben habe. Nur, dass ich jetzt halt Bücher schreibe, das ist der ganze Unterschied. Und insofern fühle ich auch irgendwie noch so das Leben eines verbummelten Studenten, was mir aber ganz gut gefällt. Und wenn ich es mal ganz arg krachen lasse, dann gehe ich dann sogar rüber in die Mensa. Über viele seiner Werke hat er wohl auch hier nachgedacht oder sie vielleicht teilweise geschrieben. Denkt man an Bestseller wie Die Philosophin, Die Principessa oder Die Rebellin, fällt auf, dass Prangesprotagonisten oft weiblich sind. Und das hat auch einen Grund. Also wenn wir Männer so sind, wie wir gerne wären, nämlich zielstrebig, zielorientiert, rational, nüchtern, unbeirrbar. Das sind die langweiligsten Helden, die man sich im Roman nur vorstellen kann. Frauen sind auf positive Art wesentlich unberechenbarer. Sie sind widersprüchlicher, sie sind emotionaler vor allem, sie sind leidenschaftlicher. Sie machen Dinge, die man nicht so ohne weiteres vorhersehen kann. Und deshalb finde ich, dass Frauen in der Regel sich als Protagonisten in einem Roman besser eignen als wir grauen Männer, die wir doch nur unserer Ratio folgen oder zumindest zu folgen versuchen. Inspiration erhält Prange nahezu überall. Die Ideen treffen ihn spontan. Laut seinem Zettelkasten, in dem er diese Notizen festhält, müsste er 130 Jahre alt werden, um all die Ideen noch umsetzen zu können. Für seine Arbeit spielt die Universitätsstadt eine große Rolle. Natürlich ist Tübingen der absolut ideale Ort, wenn man schreibt. Und bei meinen Büchern ist es ja auch oft so, dass ich mich in verschiedene Zeitläufe, die mir nicht so vertraut sind, einarbeiten muss. Und Tübingen ist eine Stadt, in der es so viele hochqualifizierte Leute gibt, die auch gerne und bereitwillig dann Auskunft geben und sich sogar freuen, dass von ihnen in mühsamer Arbeit erworbene Wissen dann eine etwas größere Verbreitung findet. Und ich kann mir keinen schöneren Ort für meine Arbeit wünschen als Tübingen. Ruhestand im klassischen Sinn kommt für Peter Prange übrigens nicht in Frage. Vielleicht würde er dann nur noch alle drei Jahre ein Buch veröffentlichen, statt alle zwei. Aber schreiben, das will er und zwar solange er kann.